Hallo, das Papapapapapapapapap, Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ultimatives Chicken Horse mit Paduka. auch bei mir herzlich willkommen zu einer weiteren folge von chicken horse wie tanzt man? wie tanzt man nochmal? mit er? mit er? ja was? okay warte mal ich muss mir gerade was abchecken hier moment so ich habe es geklärt ja einigermaßen habe ich es hingekriegt so wir können loslegen wo ist meine maus hä? ne warte mal ah also es geht nur mittelsdings okay ähm ne aaaaaaah jetzt jetzt ist meine maus da so ich habe ein déjà vu so jetzt muss ich überlegen ach so jetzt ähm schön bin ich so doof ich bin so doof ich bin so doof wäaah huuuh und hui ich will da oben hin so 3 1 oh gott die sich wieder gerafft haben wie das funktioniert Okay, Partybox. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Quatsch? Nein! Da! Ich hab nur noch keinen Plan mehr. Hä? Ach, ich bin das Huhn. Na da. Da hin irgendwie. Warte mal einen Moment. So. Oh Gott. Warte mal. Mist, jetzt hab ich die Münze. Warte mal. Oh nein, ich bin in die Glasscherbe reingeflogen. Oh mein Gott, wie doof. So. Hallo. Spiel ordentlich. Los. Du Quatschkopf. Keiner hat gewonnen. Tralalalala. Partybox. So. Ja, ich hol Schwarzloch und mach's hier hin. So. Nochmal. Dit. Moment. Moment. Ah, warum mach ich denn das hin? Da hin! Oh Gott! Moment! Ähm... Was machst'n du? Äh... Oh Gott! Haha! Äh... Hallo? Durch Raum und Zeit geh' ich jetzt! Ohhhh... Mensch, Paduka! Wurde, äh, leider reingeschnitten! Was ist denn das? Hm... Ich hank'n'n Plan! Hm... Oh, ne, das auch... Ja, das kann man nicht so machen, dass man... Oh Gott! Wo mach' ich denn das jetzt hin? Da! Oh Gott! Hui! Oh Gott! Hui! 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 Wow! Oh mein Gott! Oh, schon wieder gewonnen! Das ist blöd! Komm schnell! Oh je! Ich glaub' einer muss... Ich glaub' einer muss Hops gehen... Ich verlass' da! Ta-da-da! Ta-da-da-da! So, Siegesprämie! So, wie mache ich denn das jetzt? Du. Oh mein Gott, was ist denn das für krampf? Ich habe über... Hä? Warte mal. Was mache ich denn da jetzt? Ähm, mit? Hey. Du. Das geht gar nicht, hä? Oh scheiße, da wird schwer. Huiiii. Pum. Pum. Ach du hasch... Wieso ist da ein Fahrstuhl? Was ist denn das für Quatsch? Äh, ja, ich bin gestorben. Und ich bin müde. Ich mache Bubu. Wieso machst du Bubu? Das geht nicht. Oh Gott. Das ist so krank, das Spiel, ehrlich. Hm. Geht das da? Klung. Extra Box. Ja. Ja, ich habe die Armbrust, aber wie, 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 wie mache ich denn das? Kann ich die... Ah, ha, 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 ha. Klung, klung. Ha. Das wird lustig. Huiiii. Huiiii. Na super. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich zucke noch, ich lebe. Ah, ne. Oh nein. Du hast ja übelst, ey. Oh kacke, das war doof. Oh man. Wart. Das bringt nichts. Ich... Mach's weg, das ist scheiße. Oh je. So, ich lebe immer noch dran, ey. So. Da irgendwie. Kann auch sein, dass da besser... Okay. Okay, das wird lustig. Wow. Ohlalala. Na toll. Ah. Oh. Ich hab's. Ja. Ich bin gemein. Nein. Oh scheiße. Oh je. Das ist mal witzig. Wo macht man das hin? Klung. Da hin irgendwie, ne? Ja. Hihihihihi. Hihihihi. Und ne Eislaufbahn. Wo mach ich denn die hin? So. So. Hihihihihi. So. Na toll. Ja. Ne, das war kacke. Oh mein Gott, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Nein! Oh je. Scheiße. Oh Mann. Was ist denn das da überhaupt? Hä, was ist denn das? Was ist das? Ich hab kalt grad. Irgendwie hat es mich überlaufen. Hä, was machst du denn bitte? Ich habe ein Haus gebaut. Was ist denn das, wenn ich das da so hin mache? Keine Ahnung. Das kann dich vielleicht noch dahin machen. Oh mein Gott, den Weg zu bauen und dass die anderen nicht durchkommen. Und dann selber zu gewinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub du wolltest die Rakete haben, gell? Ich wollt grad die Rakete haben, ja. Da. Okay. Damn. So, wie soll es passieren? Das musst du wissen. Also so langsam wird es richtig eng und kritisch. Wann passt das? Kann ich mich dort durchsabbeln? So. Ich probiere was aus. Nein. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Hä? Ah, Kacke. Ich dachte, wenn ich durch die Tür gehe, komme ich oben raus. Nein. Oh Mann, ist das ein Kac, ey. Jetzt ist Schluss. So. Wieso? Hm. Toff. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kann ich das da oben? Ja, machen wir es da oben hin. So, jetzt ist Schluss. Schwarzes Loch. Oh weh. Oh, das wird eng. Was? Nein. Ciao. Scheiße. Was war das? Wenn ich da weiter gehe. Oh ne, das funktioniert nicht. Scheiße. Das ist Kacke. Wenn ich da da... Oh, ich bin so weit gelaufen. Ich wollte auf den Heubahn springen. Oh je. Ich bin am ablosen. Oh mein Gott. Kalt. Ja. Die fette Atombombe mache ich hier hin. Da. Wo bin ich denn da? Ich mache einfach alles kaputt. Fett mein you little boy. Okay. Das ist Kacke jetzt, ne? Jetzt muss man aufpassen. Warte mal. Warte mal. Ja. Aufloben. Komm mal so. Das ist ein bisschen schwer jetzt. Lilly, die haue Dräger die попwärts. Komm mal so. Oh Gott. Warum bin ich immer im Gähnen? Ich bin immer dauer müde. Scheiß. Frü loader. Frühjahrs Müdigkeit. Okay welk. às sejaht so. Was ist denn das? Wieso krieg ich ne Mal eigentliche sein? PASTAFFOLIO. Level entdeckt. Äh ne ne ne. Äh, das war scheiße. wenn ich jetzt da durchgegangen wäre mit dem blöden wie heiß ich hab gewonnen was ich bin das ultimative Huhn ja 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 ja